Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Jens Ambassador. Dein persönlicher Guide bezüglich Fashion und Lifestyle. Mein Name ist Peter und im heutigen Video mal was ganz anderes. Ihr seht es, ich bin ganz casual angezogen, will auch nicht lange um den heißen Brei reden. Wir tauchen direkt hinein, fünf coole Wege, um ein weißes T-Shirt in die Zähne zu setzen. Bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder. Wie ihr sehen konntet, ein weißes T-Shirt ist extrem leicht kombinierbar. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Cheers!